Ich werde eine Tabelle auf ein anderes Blatt spiegeln oder an eine andere Stelle, werde bestimmen, in welcher Reihenfolge die Spalten dann stehen sollen, Spalten dazwischen packen und vielleicht auch noch filtern. Das Ganze mit dynamischen Arrays, die kann man nutzen, a. in der Online-Welt, in der Browser-Version von Excel, aber auch natürlich in Excel aus Office 365 bzw. jetzt Microsoft 365. So, und wegen der Browser-Version kann das natürlich jeder nutzen. Ich zeige mal, was ich hier vorhabe, was für Daten ich habe. Ich habe hier einfach mal eine Tabelle mit Namen, Netto-Daten und Datumswerten. Zu den Namen habe ich noch Kundennummern und die lasse ich mir hier einfach nochmal an eine andere Stelle spiegeln. Die Kundennummern sind hier auf einmal mitten zwischen. Auch hier die Spalten Umsatzsteuer und Brutto tauchen auf einmal auf und ich habe die Möglichkeit zusätzlich, ich trage mal ein den 01.08.2020, ich habe zusätzlich die Möglichkeit, die Liste hier zu filtern. Alles steht nur in einer einzigen Zelle. Ja, und wozu mache ich das? Damit vielleicht die Daten, die ich hier in beliebiger Reihenfolge erscheinen lassen kann, auf ein anderes Blatt kommen und dort dann für den Ausdruck vorbereitet sind. Dafür könnte ich das zum Beispiel nutzen. Ich sehe jetzt gerade, das ist jetzt die Auswahl, die ich gerade getroffen habe. Ich nehme den Filter nochmal aus und entsprechend ist in meinem Zielbereich hier die längere Liste. Das heißt, ohne den Ursprungsdatenbereich zu verändern, ohne hier zu filtern, ohne hier eingreifen zu müssen, kann ich den Output mit Dynamischen Arrays steuern und so mir Wunschlisten zusammenbauen. Fangen wir mal einfach an. Ich habe hier eine kleine Liste, einfach Namen, Netto und Datumswerte. Und mit den Dynamischen Arrays kann ich einfach sagen, wiederhole mir doch einfach mal die ganze Tabelle, indem ich die einfach mit dem Gleichzeichen hier verweise. Moment. Und zwar inklusive Überschriften. Dann steht da alle. Ja, jetzt habe ich also hier original die Tabelle. Wenn ich hier filtern würde, würde hier nicht gefiltert werden. Momentan schon, weil die direkt in den gleichen Zeilen stehen. Aber auf einem anderen Blatt würde nicht gefiltert werden. Ich kann aber auch, Moment, ich lösche diese eine Zelle oben links mal. Ich kann aber auch einfach sagen, schau doch mal. Hier guckst du mal, wie heißt denn das hier? Ah, Tab Beispiel heißt die Tabelle. So, da wiederholst du mal nur den Datenbereich. Und hier oben, da wiederholst du mal nur den Überschriftenbereich. Ja, die Kopfzeilen. Ja, dann habe ich die mal voneinander getrennt. Ein Manko hier bei diesen Dynamischen Arrays ist, dass der Bereich hier mit dem Dynamischen Array keine Formatierung des Ausgangsbereichs mit übernimmt. Da formatiere ich einfach mal ein bisschen auf Vorrat. Ja, man könnte auch eine bedingte Formatierung nehmen. Ja, das ist momentan leider noch so, dass ich das Zahlenformat hier nochmal auf die Zellen legen muss. Ja, wie baue ich das jetzt mir ein bisschen dynamischer? Und wie haue ich hier mir die zusätzlichen Spalten rein dazwischen? Ich könnte mich ja hier hinstellen und sagen, Moment mal, warte mal. Wie sieht denn das aus mit der Zelle da? Auf die kann ich gar nicht verweisen. Auf die vordere könnte ich verweisen, aber nicht die, die mittendrin ist. Hier mit dem Raute-Zeichen. Dann wird mir das alles nochmal wiederholt. Ich möchte hier nochmal rechnen. Also nehme ich jetzt einfach nochmal die ganze Spalte und rechne mal 0,16 zum Beispiel. Dann wird mir hier die Mehrwertsteuer ausgerechnet. Dafür muss ich vorne nochmal drauf zurückgreifen. Ich habe jetzt also das Ganze in zwei Blöcken gerade. Hier vorne und hier hinten. Und was ist leider, wenn hier eine Spalte eingefügt wird? Ne, da steht Überlauf. Ja, die Formel kann nicht stattfinden. Also, ne, machen wir mal nicht. Also, was könnten wir machen? Ich gehe mal anders vor. Ich mache das mal voll dynamisch. Indem ich hier einfach sage, mit geschweiften Klammern. Als erstes kommt der Name. Punkt. Dann kommt Netto. Dann kommt, sagen wir gleich schon Brutto. Ohne Steuer jetzt mal. Und dann kommt das Datum. In Anführungszeichen. Und das ist ja jetzt ein Array, was ich bilde. Mit den Punkten weiß er, das soll nach rechts nebeneinander geschrieben werden. Und die Formel steht hier. Aber die Überschriften werden in die Nachbarzellen projiziert. Und gleiches Schema kann ich auch hier verwenden, dass ich sage, welche Daten will ich denn sehen. Allerdings mache ich das jetzt nicht mit geschweiften Klammern, dass ich sage, wups, dass ich jetzt sage, nimm mal die Namensdaten. Ups, da will er schon gar nicht, da will er schon gar nicht hier formatieren. So. Dann muss ich die Wahlfunktion nehmen. Wahl. Wahl, Klammer auf. Dann kann ich die geschweiften Klammern nutzen. Und da schreibe ich mal rein. Eins, zwei, drei, vier mit Punkten dazwischen. Und da kann ich jetzt vier Spalten definieren, die ich hintereinander sehen möchte. Nämlich meine erste Spalte ist die Namensspalte. Meine zweite Spalte ist die Netto-Spalte. Meine dritte Spalte ist die Netto-Spalte mal 1,16. Und meine vierte Spalte ist die Datumspalte. So, und was macht er? Projiziert das hier alles schön vernünftig rein. Allerdings muss ich einmal kurz hier, ich nehme mal das Format, übertrage das mal hier hin. Das muss ich hier einmal kurz für diesen Zielbereich übernehmen. Jetzt ist eine Spalte brutto einfach zwischen. Das heißt, ich definiere mit der Wahlfunktion, dass ich mehrere Spalten haben möchte. Die müssen sogar noch nicht mal im Ausgangsdatenmaterial stehen. Nein, sondern ich kann hier rechnerisch noch Spalten ergänzen. Das habe ich jetzt hier gemacht, indem ich Netto mal 1,16 genommen habe. Und natürlich hätte ich hier auch noch eine Steuerspalte dazwischen packen können. So, und wie sieht das nun aus mit diesen Kunden? Hier, okay, und mit dem Datum, das sind da noch zwei Punkte, nehmen wir mal 1.8.2020, dass der hier filtert. Da habe ich die Funktion hier schon einmal rein projiziert. Hier unten, ich packe die auch unter den Block. Da kann ich die X-Verweis-Funktion oder den S-Verweis einmal nehmen. Dort kann ich die Filter-Funktion nehmen. Filter, ich möchte, dass ein bestimmtes Datum noch eingehalten wird. So, kopiere mir erst mal die Namensliste rüber. Einmal kopiert, rüber ins Beispiel. Ich packe es mal einfach so ein bisschen weiter rechts daneben. So, das ist die Tabelle mit dem schönen Namen Tab. Freunde. So, Freunde haben bei mir Kundennummern. Die Kundennummern möchte ich hier noch sehen. Das heißt, ich gehe hier einmal dazwischen, oben, schreibe einfach Kundennummer. So, mit einem Punkt dazwischen. Jetzt ist die Kundennummer hier noch dazwischen. Und ich gehe hier rein, mache hier noch einen Punkt für einen Film. Das soll ja die zweite Info sein. Also packe ich zwischen erster Spalte, wo der Name ist, und zweiter. Packe ich noch eine dazwischen mit dem Semikolon. Das sieht jetzt momentan so aus. Moment. Hier einmal kurz das Datum. Ja, das Format schleppt der da leider nicht mit. Das finde ich nicht gut momentan. Aber was sollen wir machen? So, und da machen wir das normale Standardformat. Da kommt die Kundennummer rein. Und wenn da nichts drinsteht, macht er einfach Nullen. Ja, das ist so. Und, ups, da ist die Formel vorne. Und da nehmen wir einfach so eine Art S-Verweis. Ich nehme jetzt hier mal den X-Verweis, weil der schöner ist. Ich schreibe X-Verweis. X-Verweis. Der soll sich bitteschön die Kundennummer nehmen, äh, den Kundennamen nehmen. So, den klicke ich an. Soll den suchen in dieser Suchmatrix. Wenn er einen Wert gefunden hat, soll er die Kundennummer nehmen. Wenn er nichts gefunden hat, soll er einfach zwei Anführungsstriche machen, also leer lassen. Der soll bitteschön mit einer Null eine exakte Übereinstimmung suchen. Und, der soll von oben nach unten gucken. Ist ja eh nur eine Übereinstimmung wahrscheinlich da. Klammer zu. Und jetzt mal schauen. Enter gedrückt. Und da haben wir die Kundendaten. Wenn jetzt ein Eintrag hier ergänzt wird, zum Beispiel, der Benno kauft nochmal für 77 Euro mit dem Datum dahinter. Kunden dürfen gerne mehr verkaufen. So, und da haben wir dann den Benno hier einfach nochmal drin. Der Benno mit der Kundennummer 1010. Wird entsprechend gezogen. Mit dem X-Verweis. Also, den können wir hier natürlich integrieren und das Ergebnis so erweitern. Und jetzt möchte ich noch einen Filter einbauen. Ich trage hier mal einen Datumsbegrenzer ein. Dass ich sage, ich möchte nur die Daten zum Beispiel ab dem 1.9.2020 haben. und das ist ja hier eine komplette Liste. Das heißt, da wird nichts gefiltert. Also kommt die Funktion, das ist ein Array, was hier rauskommt als Ergebnis. Da schreibe ich einfach das Wort Filter einmal vor. Das ist also relativ einfach. Und das Wort Filter da vorgeschrieben. Hinten einen Semikolon gesetzt. Und einfach gesagt, ja, aber nur bitteschön, wenn das Datum, und ich markiere die Datumswerte, wenn die größer oder gleich dem hier gesetzten Datum L15 sind. Ich drücke mal L4 hier, damit da die Dollarzeichen rum sind. Klammer zu und zack. Und jetzt sehe ich nur die Datumswerte ab dem 1.9.2020, ab dem 1.8.2020. Ja, die werden mir hier entsprechend meiner Kriterien rein projiziert. Das Ganze ist tatsächlich hier nur in, ja, zwei Zellen. Diese Zelle hier mit dem Datum, die benenne ich auch mal kurz, weil ich habe was vor. Ich nenne sie mal RNG-Datum, Range-Datum. Oben im Namenfeld, oben links. Ja, und dann nutze ich hier auch einmal dieses Namenfeld ohne die Koordinaten. Damit ist nämlich klar, ich meine dieses Datum auf diesem Blatt hier. Und ich erzeuge ein neues Blatt. Kopiere mir diese beiden Formeln hier raus. Strg-C, da sind nur zwei Zellen. Und das Ergebnis wird einfach hier immer in ein neues Blatt rein projiziert. Ich müsste hier noch formatieren. Das heißt, wenn ich hier jetzt das Datum rausnehme, habe ich die vollen Werte. Und ja, die sind dann hier auch entsprechend. Ja, das habe ich dann hier gemacht für die Druckvorbereitung. Also das heißt, man kann einen sauberen Output mit entsprechend gewünschten Daten, obwohl das gar nicht in den Ursprungsdaten reingeht, per Formeln kreieren. Man braucht da die dynamischen Arrays für, funktioniert also nicht in Excel 2019, 16 oder so. Aber probiert es doch mal im Browser aus. Da habt ihr auf alle Fälle auch in Excel, ist kostenfrei. Oder in Microsoft Teams in dem Excel, da geht das auch. Ich freue mich wie immer auf Feedback. Und an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. 10 Jahre YouTube haben wir hinter uns jetzt hier mit knapp 1500 Tutorials aktuell. Ja, ein Riesenerfolg. Viel Kontakt zu euch gehabt bei den Excel-Stammtischen oder auch direkt. Und ja, bin auf Xing und LinkedIn zu finden, wenn ihr den beruflichen Kontakt sucht. Ich freue mich auf Feedback. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.